Musik Mein Name ist Hanno Platz, ich bin Geschäftsführer der Firma GED, Gesellschaft für Elektronik und Design. Wir entwickeln seit über 30 Jahren Elektronik und sind Spezialist im Bereich Aufbauverbindungstechnologie, also auch Design für Leiterplatten, auch um die Miniaturisierung im Bereich Sensorik. Und das Ganze haben wir jetzt in der Industrialisierung in Form von einem Modulbaukasten mit sehr kleinen Leiterplatten. Und ja, die lassen sich einfach so kombinieren und zusammenstecken. Wir können damit zum Beispiel eine Kraftmessung machen, wo wir mit 24-Bit-Auflösung sehr genau die Kraft über den Dehnungsmessstreifen erfassen können. Wir haben Module für die Bewegung, also mit Gyroskop und Magnetsensor. Wir haben Module, wo einfache Temperatursensoren angeschlossen werden können. Wir sind ja auch aktiv im Bereich der 3D-Elektronik, wo wir halt die Elektronik der Form anpassen. Und das macht man heute ja mit modernen Fertigungsmethoden wie dem 3D-Druck. Und wir haben aber auch Möglichkeiten, dem Kunden Kunststoffspritzteile oder Metallgehäuse zu konstruieren und anzubieten. Bis hin zum kompletten Sensor. Judge 못. Pire shipwärts. Pire shipwärts. Pire shipwärts. Pire shipwärts. Pire besтории. Hubert up, Pire shipwärts.